La cucina è la mia passione. In diesem Sinne, meine Lieben, hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Genau, die Küche, das Kochen, das ist meine Leidenschaft und jeder, der mich kennt, der weiß das auch. Heute nehme ich euch mit auf eine kleine kulinarische Reise. Wir kochen italienisch. Wir sprechen heute auch ein bisschen italienisch und ich bringe euch einfach ein bisschen von La Dolce Vita zu euch in die Küche. Dazu möchte ich euch ein ganz, ganz tolles Themenheft ans Herz legen und zwar ist es von der lieben Giulia, die aus der Toskana kommt. Als ich das Heft durchgelesen habe auf Italienisch sind mir wieder sehr, sehr viele Kindheitserinnerungen gekommen und wir teilen sehr viele Lebensgewohnheiten wie Giulia und ich von einer typisch kochenden italienischen Mama la Mama und eine italienische Oma la Nonna und ich würde sagen, wenn es euch interessiert, dann bleibt jetzt einfach mal dran. Wir kochen jetzt italienisch. Hier haben wir jetzt alle Zutaten im Überblick. Wir beginnen aber mit der Vorspeise. Incomitiamo colanti basto. Und zwar brauchen wir Paprika, da könnt ihr verschiedenfarbige nehmen, Knoblauch, Oregano, den habe ich von meiner Mama aus dem Garten, den hat sie getrocknet, Olivenöl, ihr wisst, wir lieben Olivenöl, ich nehme immer ganz viel mit, wenn wir in Italien sind, Salz und Pfeffer, Petersilie ganz viel, Basilikum auch noch, habe ich vergessen hinzustellen und natürlich ein Baguette. Ich habe jetzt den Ofen vorgeheizt, habe die Paprika gewaschen, habe sie auf einen Rost mit einem Backpapier und die kommen jetzt in den Ofen, bis sie ja so richtig schön durch sind. Ihr seht das, wenn die Haut so leicht braun wird, dann können sie auf jeden Fall raus. In der Zwischenzeit schneiden wir uns unseren Knoblauch zurecht. Ich mache das immer so in ganz feine Scheiben. Ihr könnt natürlich auch eine Knoblauchpresse nehmen. Das mache ich aber nicht, weil ich auf rohen Knoblauch sehr, sehr ungern beiße. Wenn ich so ein kleines Stück Knoblauch sehe, dann gebe ich das immer meinem Mann rüber, der freut sich dann. Aber wie gesagt, das könnt ihr dann nach eurem Geschmack machen. Los Piccio d'aglio ist die Knoblauchzehe, Tagliare ist Schneiden und Schiacciare ist Zerdrücken. Aber wenn ihr ihn eher in Scheiben schneiden wollt, dann sagt ihr Tagliare a Fettine. Die Petersilie habe ich jetzt gewaschen und jetzt schneide ich sie mir ganz klein. Hacken heißt Tritare, aber ihr könnt dazu auch eine Lamezza Luna nehmen, das ist nämlich ein Wiegemesser. Fürs Hauptgericht benötigen wir Auberginen. Die habe ich jetzt schon ausgehöhlt. Zwei Eier, wahlweise frische Champignons und Karotte. Cocktailstrauchtomaten, Hackfleisch. Ich habe jetzt hier gemischtes beim Metzger geholt. Wenn ihr lieber die vegetarische Version bevorzugt, dann nehmt einfach Tofu oder lasst es weg. Dann brauchen wir natürlich Olivenöl, Oregano, Salz, Pfeffer, Knoblauch, ganz viel Petersilie, Basilikum und Parmesankäse. Den werde ich dann noch reiben und los geht's. Le Melenzane, die Auberginen, Svotare, Aushöhlen, La Bolpa, das Bruchtfleisch. So sehen die Auberginen jetzt aus. Ich habe sie ausgehöhlt. Ihr könnt natürlich auch ein Messer oder einen Löffel nehmen, je nachdem wie ihr halt besser zurechtkommt. Dann habe ich mir alles hier reingepackt in ein hohes Gefäß und jetzt werde ich das einfach mit meinem Pürierstab klein machen. So, ich habe jetzt das Fruchtfleisch hier in einen kleinen Topf, habe frische Champignons klein geschnitten, die Karotten sehr klein geschnitten, Petersilie dazu und Knoblauch, den seht ihr hier. Wir lassen das Ganze jetzt 10 Minuten auf mittlerer Stufe einfach köcheln. Und vergesst nicht, das Ganze immer wieder mal umzurühren, nicht dass euch das Ganze anbrennt. So, die 10 Minuten sind jetzt um. Ich habe jetzt noch einen Löffel Olivenöl dazu und jetzt fügen wir das Hackfleisch noch dazu. So. Und verrühren das Ganze natürlich schön, ja, kräftig. Das Hackfleisch, das muss natürlich durch sein. Ich denke, das wird jetzt so ein paar Minuten dauern. Ich verrühre das in der Zwischenzeit, damit das Hackfleisch auch das Aroma noch annimmt von, ja, diesem ganzen leckeren Zutaten. Il Batuto ist klein gehacktes. Carne macchinata, Hackfleisch, aggiungere, hinzufügen und versare hineingeben. Während meine Auberginenmasse jetzt gerade köchelt, habe ich die Paprika aus dem Ofen. So sieht sie jetzt also aus. Ihr seht die Haut, die ist richtig schön verrunzelt. Das muss nämlich jetzt auch so sein, weil wir müssen die Haut abmachen. Ihr wartet aber bitte erstmal eine ganze Weile, weil die sehr, sehr heiß sind. Und da ist natürlich auch Wasser und da könnt ihr euch echt böse verbrennen. Der Tipp eigentlich ist, dass man das jetzt in eine Plastiktüte packt, eine Weile wartet, weil sich dann die Haut löst. Ich mache das nicht so gerne. Ich mache das wie meine Mama. Ich warte jetzt einfach eine Weile und dann ziehe ich einfach die Haut ab und dann machen wir weiter mit der Paprika. So, ich habe die Masse jetzt vom Herd genommen, habe zwei Eier hinzugefügt. Jetzt tun wir noch unseren Parmesankäse mit rein, würzen das Ganze mit Salz und Pfeffer. Je nachdem, wie halt euer Geschmack so ist. Das könnt ihr dann so richten, wie es euch eben am besten schmeckt. Dann müssen wir das Ganze kräftig vermengen. Und in der Zwischenzeit, als das eben auf dem Herd war, habe ich mir eine Auflaufform genommen, habe Olivenöl rein, die Hälften von meiner Auberginen und habe die Tomaten klein geschnitten. Da wird nämlich jetzt diese ganze Masse eben drauf kommen. Das seht ihr ja gleich. Aber wie gesagt, wir müssen das Ganze jetzt erstmal schön kräftig vermengen. So, ich habe jetzt den Ofen vorgeheizt auf 180 Grad, habe hier noch ein halbes Glas Wasser rein und jetzt kommt die Füllung auf unsere Oberschienen. Na, wer von euch weiß noch, was Vorheizen heißt? Genau, es heißt Pre-Riscaldare. Also wenn ihr es nicht mehr gewusst habt, ist es nicht schlimm. Dafür erkläre ich es euch ja gerade. Übrigens heißen Kirschtomaten, Il Pomodoro Cilieccino, weil die Cilieja ist die Kirsche. Ja, passend zusammen eben. Und Parmigiano Grattugiato heißt geriebener Parmesan-Käse. So, danach reibe ich mir noch richtig schön viel Parmesan-Käse drauf, damit es auch schön knusprig wird. Und dann kommt noch eine halbe Tomate jeweils drauf. Und dann tun wir alles in den Backofen. So, ich mache jetzt die Haut von der Paprika. Das geht ganz einfach. Das ist zwar ein bisschen eine fieselige Arbeit, aber ihr seht, es lässt sich richtig schön abziehen von der Paprika. Also das ist halt ganz wichtig, dass ihr das abzieht, weil es sonst einfach nicht lecker schmeckt. Sbucciare heißt übrigens schälen. So, wenn wir die Haut komplett abgezogen haben, dann schneiden wir das Ganze in feine Streifen. So sieht das Ganze jetzt aus. Ich habe noch die Flüssigkeit von der Paprika dazu. Und jetzt geben wir einen kräftigen Schuss Olivenöl mit rein. Also da nicht sparsam mit sein. Das ist ganz wichtig. Und wir würzen das Ganze mit ein bisschen Salz. Das macht ihr dann wieder nach eurem Geschmack. Und dann wird das Ganze schön kräftig vermengt. So, die 40 Minuten sind um und oh, wenn ihr das riechen könntet. Ah, es duftet so unheimlich gut. Ich richte das mal an und dann zeige ich es euch nochmal. So, meine Lieben, ich habe jetzt meinen Vorspeisenteller angerichtet. Das Brot habe ich vorher nochmal in den Ofen, damit es schön knusprig wird. Eben zu einer Bruschetta. Dann habe ich die Paprika drauf angerichtet. Als kleinen Tipp von mir, wenn ihr das abends schon zubereitet und in den Kühltrank stellt, dann kann sich der Knoblauch nochmal richtig schön entfalten. Und hier ist mein Hauptgericht. Und ich kann euch sagen, es duftet hier wie bei meiner Mama. Original. Schade, dass ihr nicht da seid. Hier seht ihr jetzt nochmal das Rezeptheft von der lieben Giulia. Melenzane ripiene di carne. So sieht es jetzt bei ihr aus. Sie würde sich bestimmt total freuen, wenn ihr das mal nachmacht. Ich natürlich auch. Lasst mir da auf jeden Fall Feedback da. Falls ihr es nachkocht, lasst mich auf jeden Fall wissen, ob es euch geschmeckt hat. Schickt mir schöne Bilder. Da würde ich mich total freuen. Und sagt mir mal, ob ich öfters mal sowas für euch kochen soll, damit ihr mal seht, was wir alles zu Hause so essen. Und hier seht ihr also nochmal das Rezepteheft von der lieben Giulia mit Antipas. Die Primi, Suppe, Secondi, Pane et Dolci. Also das heißt, leckere Vorspeisenteller, erster Gang, leckere Suppen, zweiter Gang Brot und ganz viele leckere Nachtische. Also wenn ihr noch ein bisschen die italienische Sprache aufbessern wollt, beziehungsweise tolle italienische Rezepte nachkochen wollt, dann kann ich euch das wirklich sehr ans Herz legen. So essen und ich würde jetzt mal sagen, lasst euch gut gehen, meine Lieben. Passt gut auf euch auf und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Grazie mille e buon appetito! Bis zum nächsten Mal.